Wir müssen heute unbedingt ein Video gemeinsam anschauen und zwar von Dividenden leben. Diesen Depotwert brauchen wir und zwar das Ganze vom CoinRef und ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Ich habe es bislang noch nicht angeschaut, deswegen erstmal gleich einen Daumen dalassen, groß machen und feuerfrei. Zugegeben, es ist ein richtig cooler Gedanke von Dividenden leben zu können. Das ist nicht nur ein richtig geiler Gedanke, das ist meines Erachtens ein absolut geniales Ziel, wenn man das eben verfolgen möchte. Von den Nettodividenden, die monatlich reinkommen, einfach seinen Lebensunterhalt finanzieren zu können. Das ist ein cooler Gedanke, dass es aber für die meisten unerreichbar ist, das übersehen viele. Da muss ich ihm gleich mal recht geben, also man braucht da schon eine Stange Geld mit einem normalen Job, ist es schwierig möglich. Kommt natürlich viel darauf an, auf die eigene Sparrate, wie die Familiensituation ist und ob man eventuell irgendwie Möglichkeiten hat, noch etwas Geld nebenbei dazu zu verdienen. Und heute möchte ich euch mal zeigen, wie viel Depotwert ihr braucht, um auf eure Nettodividenden zu kommen, also auch inklusive Steuern und auch wie lange ein Sparplan dauern würde, der dorthin führen kann. Also ganz spannend für alle Dividendenjäger unter euch und auch für alle anderen hoffentlich. Ich würde sagen, wir gehen direkt los und gehen direkt mal an meinen Bildschirm. Und da sind wir schon an meinem Bildschirm. Im ersten Step zeige ich euch erstmal, wie groß euer Depot sein muss für die jeweilige Nettodividende. Und im zweiten Schritt schauen wir mal, wie lange man mit einem Sparplan dahin braucht und ob man das überhaupt erreichen kann. Also ich muss gleich mal einhaken, ich habe mir das jetzt ganz kurz angeschaut. Mein Ziel ist es immer, wo ich dann auch persönlich sage, da bin ich finanziell frei, sind 2.500 Euro Nettodividende im Monat. Sehen wir hier auf jeden Fall die Nettodividende, die Wunsch-Nettodividende, die ihr haben wollt. Als Beispiel, ihr verdient aktuell 2.500 Euro Netto und wollt gerne das auch in Dividenden bekommen. Dann müsstet ihr hier bei 2.500 Euro Netto schauen und hier oben. So, jetzt muss ich mich, glaube ich, ganz kurz verschieben, weil ich sitze genau mit meinem Gesicht beim Bernd drauf. Das ist uncool. Scusi dafür. Seht ihr die persönliche Dividendenrendite? Die steigt ja mit den Jahren immer weiter an und hier sind auf jeden Fall 5% für ein Depot, was 20, 30, 40 Jahre schon besteht. Eigentlich auch äußerst realistisch. Also eure persönliche Dividendenrendite meint immer die Dividendenrendite auf euren Einstiegskurs. Also wie viel Geld ihr in diese Aktie investiert habt. Angenommen, ihr kauft eine Aktie für 1.000 Euro und die hat eine aktuelle Dividendenrendite von 2,5%. Also ihr bekommt also auf 1.000 Euro Einstandskurs 25 Euro Dividende. Und die Aktie steigert als Beispiel jetzt mal um 10% jedes Jahr die Dividende. Dann seid ihr, glaube ich, in 10 Jahren, wenn ich mich nicht verrechnet habe, ungefähr bei, ich glaube, 64 Euro. Und ihr habt aber trotzdem nur 1.000 Euro investiert. Dann ist aber eure persönliche Dividendenrendite in dem Fall 6,4%, weil ihr ja dann 64 Euro bekommen habt. Und so kann man das also quasi sehen. Das ist auf Einzelaktienbasis relativ easy, das mal zu erreichen. Aber im Gesamtdepot ist 5% schon ganz ordentlich, glaube ich. Und da können wir auf jeden Fall für ein Langfristdepot mal von ausgehen. So, jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Also wenn jemand 2.500 Euro Netto-Dividende bekommen möchte, dann müsste er ein Depot haben. Ihr seht es hier auf der rechten Seite von 814.000 Euro. Die Berechnung ist eigentlich ganz klar, 2.500 Euro mal 12. Wenn ihr das selber mal rechnen wollt, dann habt ihr eure Jahresdividende. Und dann rechnet ihr diese Summe einfach durch die persönliche Dividendenrendite, in dem Fall durch 5. Dann einfach mal 100. Und wenn ihr dann die Steuer noch mit einrechnen wollt, das sind ja wirklich 26,375%. Dann rechnet ihr einfach durch 0,73625. Und dann habt ihr eure Steuer. Hier die Formel ist nochmal hier oben zu sehen. Da könnt ihr sie nochmal anschauen. Das wäre jetzt die Formel, die ich dafür genutzt habe. Und so könnt ihr jeweils mal eure Wunsch-Netto-Dividende ausrechnen. Und dann so einen zweiten Teil. So, bevor wir mal zum zweiten Teil kommen. Tatsächlich stimmt das mit meinen eigenen Schätzungen überein. Also mein Ziel ist es persönlich auch so. Also wo ich dann auch sage, ich bin auf einer gewissen Art und Weise finanziell frei. Ich bin ledig. Keine Kinder. Und so ab 800.000 Euro macht es dann auch richtig, richtig Spaß zum Investieren. Weil man weiß, man ist ja dann schon irgendwo finanziell frei. Weil das Ganze deckt dann eben auch die kompletten Fixkosten. Man muss auch auf fast nichts mehr verzichten. Also man verzichtet ja trotzdem auf gewisse Sachen immer. Aber man möchte ja auch die Dividenden nicht nur komplett zum Konsumieren hernehmen, sondern eben auch reinvestieren. Also diese 800.000 Euro stimmen definitiv, was der Bernd gesagt hat. Und ich rechne zum Beispiel persönlich immer mit circa 30% Steuern, weil die Quellensteuer kommt ja noch mit dazu. Man hat ja diesen Steuerfreibetrag und sonstiges. Aber ich rechne persönlich einfach Pi mal Daumen 30% an Steuern. Jetzt kommen wir gleich zum zweiten Teil. Jetzt bin ich mal gespannt, was du da noch erzählt. Wie lange braucht man denn, um auf diese Depotwerte zu kommen? Oder schaffe ich das auch mit meiner aktuellen Sparquote? Und das kann man auch ganz einfach sich einfach mal anschauen. Ich habe es mal für euch zusammengetragen. Die meisten werden wahrscheinlich so zwischen 30 bis 40 Jahre investieren wollen. Ich habe aber auch einfach mal 50 Jahre mit aufgerechnet. Wir gucken aber jetzt mal fairerweise in die 40 Jahre. Alles andere ist ja, glaube ich, schon ein bisschen unrealistisch. Aber für jemanden, der jetzt mit Anfang 20 irgendwie was anfängt und mit 60 so anfangen möchte, ans Depot zu gehen, weil ja auch da immer mal wieder die Fragen kommen, wie viel ich eigentlich persönlich investiere. Also ich habe ja mit 18 quasi angefangen gehabt zum Investieren. Da war ich, das war im Jahr 2008. Da habe ich aber die ersten vier Jahre tatsächlich hauptsächlich in Fonds investiert. Das waren dann insgesamt 20.000 Euro, was ich in die ersten vier Jahre investiert habe. Und seit 2012 habe ich dann die, ich glaube, sechs Jahre waren es insgesamt mit Nebenjob immer gearbeitet. Also auf 450 Euro Basis in der Gastronomie drinnen, neben dem Hauptjob. Und habe im Hauptjob auch viele Wochenenddienste gemacht. Und habe dadurch eigentlich monatlich, war immer mein durchschnittliches Ziel, Minimum 1.000 Euro zu sparen. Also dass man da auch mal einen Anhaltspunkt hat. Also ich habe das tatsächlich jahrelang geschafft und schaffe es auch heute noch, meine Sparquote bei über 50% zu haben. Und ja, deswegen schauen wir mal, was er jetzt noch dazu sagt. Und davon dann leben zu wollen, ich glaube, das ist so das Ziel, was die meisten verfolgen. Also hier die Spalte und dann seht ihr auf jeden Fall, dass ihr mit einem 100 Euro Sparplan einen Depotwert von ca. 264.000 Euro Vorsteuern in dem Fall bekommen würdet. Weil ihr habt das Depot ja in dem Fall dann noch angenommen eine Jahresperformance von 7% in dem Fall. Und dann würdet ihr auf 264.000 Euro kommen. Und wenn wir dann nochmal hier oben hinschauen, dann sehen wir, dass wir bei 5%, das ist nach 40 Jahren aber durchaus realistisch, hier irgendwie dazwischen landen würden. Und dann würden wir ungefähr 750 Euro, ganz grob jetzt mal gesagt, Netto-Dividende pro Monat erwarten können. Was natürlich schon ordentlich ist, aber bei weitem nicht für den Lebensstandard reicht. Und die Inflation ist da noch nicht mal mit eingerichtet. Also wer dann nichts anderes macht in der Altersversorge, der wird sich auf jeden Fall wundern, wie wenig man da vielleicht bekommen kann. Also muss man schon wahrscheinlich etwas mehr investieren, um diese Strategie wirklich auch in die Tat umzusetzen, um da einfach auch Leben reinzubekommen. Wenn wir jetzt mal hier anschauen, bei 500 Euro, da sieht es schon... Bevor wir zu den 500 Euro kommen, das möchte ich da eigentlich auch so euch immer ein bisschen mitgeben dürfen. Ihr habt früher ganz viel auf Konsum verzichtet. Und ihr habt das halt einfach nicht besser gewusst, muss ich sagen. Und heute weiß ich einfach, der größere Hebel ist nicht in diesem extremen Verzicht, sondern eben versuchen, mehr Geld zu verdienen. Egal, ob das jetzt ein Nebenjob ist, ein eigenes Business anfangen. Kann man ja auch einfach die Branche wechseln zum Beispiel oder einen Arbeitgeber wechseln. Aber bevor es so weit kommt, kann man auch einfach mal nach einer Gehaltserhöhung fragen. Gibt ja auch andere Möglichkeiten. Aktuell ist dieses Jahr die Steuerfreigrenze für Gutscheine zum Beispiel ganz beliebter ist. So ein Tankgutschein, 50 Euro im Monat, da hat dann der Arbeitgeber was davon, du hast was davon. VL-Sparen ist möglich. Du kannst auch mal nach mehr Urlaubstagen fragen. Und lauter so Kleinigkeiten summieren sich dann aufs Jahr gesehen auf unglaublich viel Geld. Also viel Geld zum Beispiel, dass man sagt, dass man 1000 Euro zum Beispiel mehr bekommt oder auch Plasma spenden geht. Da kann man bis zu 1500 Euro im Jahr verdienen und zack, bumm, hat man halt möglicherweise 2, 3, 4.000 Euro im Jahr mehr zur Verfügung. Und dann sind wir zum Beispiel schon bei 4, 5, 600 Euro, die man monatlich investieren kann. Wohlgemerkt, wenn man das möchte. Das ist überhaupt, muss natürlich jeder individuell für sein eigenes Wohlbefinden entscheiden. Aber jetzt lassen wir mal Bernd weiterreden. Das sieht deutlich besser aus. Ich weiß, 500 Euro ist ein ganzer Batzen Geld. Aber ihr seht hier, nach 40 Jahren hättet ihr einen Depotwert von 1,3 Millionen. Das würde in dem Fall schon 1,3 Millionen wohlgemerkt, wenn man durchschnittlich 7% Rendite erwirtschaftet im Jahr. Aber dann muss ich auch sagen, ich habe in den letzten 10 Jahren unglaublich viel lernen dürfen. Und ich bin in dem Stadium, wo ich heute sage, es sind deutlich mehr möglich wie diese 7%. Wenn man risikoarm investiert, Geduld muss man auf jeden Fall mitbringen. Und dann sage ich durchaus, dass deutlich mehr möglich ist. Also mein Ziel ist es, dass ich die Indizes komplett ausradiere, also quasi komplett übertreffe mit meiner Strategie. Ich zeige euch das in dem 450 Euro Dividendendepot. Und bislang gelingt mir das auch tatsächlich sehr, sehr gut. Schon reichen, um in diese Spalte zu bekommen. Also zwischen 2,5 und 5.000 Euro Netto-Dividende zu bekommen. Und da könnte man dann auch tatsächlich von leben. Hier könnte man sogar schon mit viel Fantasie schon nach 32, 33 Jahren auf diese 814.000 Euro kommen. Aber wie gesagt, Leute, das ist nur ein grober Richtwert, um sich mal zu vor Augen zu führen, wo das Ganze hinführen kann. Und auf was für Summen man auch kommen muss. Trotzdem ist es nicht schlecht, mit 50 oder 100 Euro anzufangen. Weil jeder fängt ja mal klein an. Da gebe ich mir Bernd sofort recht. Das Wichtigste ist, dass man anfängt. Das geht ja gar nicht darum, dass man jetzt gleich 1.000 Euro im Monat zur Verfügung hat, sondern man muss ja auch wachsen mit dem, was man investiert. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Deswegen feiere ich ja auch Sparpläne ab, wenn man einfach gerade gar keine andere Möglichkeit hat. Also wenn man Student ist, wenn man Familie hat oder sonst irgendwas. Das geht ja gar nicht darum, welche finanzielle Situation man ist, sondern Sonstiges. Man muss einfach mal starten. Und man steigert sich auch im Leben. Wenn du jetzt als 17- oder 18-Jähriger mit einem 50-Euro-Sparplan anfängst, ist das perfekt. Absolut. Denn diesen 50-Euro-Sparplan, den wirst du mit 30 Jahren mit Sicherheit nicht mehr haben. Da kann man vielleicht sogar den Faktor 10 oder vielleicht sogar den Faktor 20 mal draufpacken. Und ich glaube, darauf kommt es auf jeden Fall an, wenn man auch allgemein, nicht nur bei einer Dividendenstrategie, wenn man sich was aufbauen möchte langfristig gesehen, da muss man auch gucken, dass man langfristig immer wieder versucht, sein Einkommen zu steigern. Und die Sparplanrate immer Jahr für Jahr für Jahr versuchen, wenn möglich, ein bisschen zu erhöhen. Ihr wisst ja, die Inflation schlägt ja auch dazu. Und wenn ihr dann immer quasi über 10 Jahre lang 50 Euro investieren würdet, dann würdet ihr ja immer weniger investieren, weil das Geld ja durch die Inflation immer weniger wert ist. Also wenn ihr alleine schon inflationsangepasst investieren wollt, dann müsstet ihr jetzt in diesem Jahr schon 10% mehr investieren. Also bevor es jetzt zu Ende ist, ich muss sagen, geiles Video vor allem, das zeigt, was dann auch tatsächlich möglich ist. Das möchten wir euch ja auch immer mitgeben, weil manchmal denkt man dann zu klein, wenn man sagt, boah, ich habe jetzt bloß 20, 30, 40 oder 50 Euro im Monat zur Verfügung. Aber man wächst ja mit der Zeit, das Gehalt wird gesteigert, man wechselt mal die Branche oder sonst irgendwas. Man steigt auf im Unternehmen, man verdient mehr Geld. Natürlich kann man einen Teil dann auch für den Konsum hernehmen, bin ich der Letzte, der da Nein sagt. Aber man muss auch schauen, dass man in der Zukunft mehr Geld verdient und dann eben auch dementsprechend mehr Geld investiert. Ich muss sagen, beide Daumen sind oben, Bernd. Ihr schreibt da noch einen Kommentar rein, geiles Video.